Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Das Thema des heutigen Videos sind die drei Kerntechniken, Kernmethoden von Neville Goddard. Das sind die Phishing-Methode, die Szene-Technik und die Schlaflied-Methode. Und am Ende gibt es noch eine Methode oben drauf. Was ganz wichtig ist, bei diesem Video werde ich vor allem auf die Fallstricken hinweisen, weil aus meiner Erfahrung das selten gemacht wird. Ich habe das früher auch nicht immer getan, weil ich vielleicht Neville noch nicht wirklich so verstanden habe, wie ich es heute tue. Und deswegen denke ich, dass dieses Video auch einen großen Mehrwert für dich ist, als du diese drei Methoden schon kennst. Die erste Methode ist die Phishing-Methode. Die Phishing-Methode wurde so genannt, weil Neville das Wort Fisch in der Bibel mit Gefühl gleichgesetzt hat. Zumindest war das die Symbolik dahinter. Und in der Bibel wird uns gesagt, dass eben gefischt wird nach etwas, nach einem Gefühl. Und genau das drückt diese Methode aus. Bei dieser Methode stellst du dir im Endeffekt nur eine simple Frage. Wenn du weißt, was du willst, fragst du dich, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Wunsch bereits wahr wäre. Eine ganz simple Frage. Als Antwort auf diese Selbstbefragung wird ein Gefühl aufsteigen. Und dann geht es lediglich nur darum, in diesem Gefühl zu verweilen, solange du möchtest. Das können ein paar Sekunden sein, das können Minuten sein, das können mehrere Minuten sein. Solange du es eben willst, bis dich der Drang eben einfach danach verlässt. Und dann gehst du deinem Alltag nach. Das heißt, du stellst dir einfach nur diese simple Frage. Und ganz wichtig ist, dass Neville hier darauf hingewiesen hat, dass wir nicht dieses Gefühl künstlich erzeugen sollen. Wir sollen uns also nicht in den Zustand hineinreden oder irgendetwas unternehmen, sondern wirklich nur bei dieser Frage bleiben. Wir stellen uns also diese Frage und warten dann einen Moment und schauen, was da hochkommt. Wenn du das Gefühl hast, dass gar nichts hochkommt, stellst du dir nach einer gewissen Zeit die Frage nochmal. Und im Endeffekt, je ruhiger dein Bewusstsein wird, desto eher wirst du auch wahrnehmen, dass dort etwas passiert. Und das ist eben die Bewusstseinsveränderung. Ich habe diese Methode früher sehr, sehr viel genutzt und auch sehr, sehr viel gelehrt, weil es aus meiner Sicht die wohl leichteste und einfachste Methode ist, die Neville uns gegeben hat, um einen Bewusstseinszustand zu wechseln. Zweite Methode ist die sogenannte Szenetechnik. Das war die Methode, die Neville vor oder meistens einfach genutzt hat. Für die Szenetechnik gibt es auch noch Unterkategorien, wenn man es so sagen will. Das ist die Gratulationsszene oder die Szene, wo ich mir einen Ehering vorstelle. Das sind im Grunde genommen einfach Beispiele, die Neville benutzt hat, um diese Technik halt mehr darzustellen und klarer zu machen. Bei dieser Technik geht es darum, dass ich mir eine kurze Szene ausdenke, die eben impliziert, dass mein Wunsch bereits erfüllt ist. Eine kurze, simple Szene, die eben aus der Wunscherfüllung heraus entstehen kann. Eine sehr leichte Frage, wie du solch eine Szene findest, ist, was wäre der schönste Moment, der passieren würde, wenn sich mein Wunsch erfüllt. Auf diese Frage hin, lasse auch hier einfach eine Antwort aufsteigen und dann ist das perfekt, um als Szene genutzt zu werden. Wichtig ist dabei, dass wir nicht die ganze Szene uns vorstellen. Das tun wir vielleicht am Anfang, aber für die Meditation geht es darum, diese Szene im Prinzip auf einem Punkt zu kondensieren, zusammenzufassen, zu komprimieren, wie man es nennt. Das heißt, ich frage mich, was ist eigentlich der Höhepunkt dieser Szene. Wenn es zum Beispiel die Hochzeit ist, bei dem Wunsch, eine Beziehung zu haben, kann ich natürlich einfach mir vorstellen, dass ich einen Ehering an meinem Finger trage und alleine diese kinästhetische Berührung ist dann meine Szene, die ich dann auch so häufig wiederhole, bis mich der Dran danach verlässt. Wenn die Szene eine andere ist, beziehungsweise der Höhepunkt meiner Szene ein anderer ist, wie zum Beispiel, dass ich einfach im Arm meines Partners liege, dann ist auch dies möglich als Szene zu nutzen. Das Wichtigste bei der Szene-Technik ist, und das wird selten gesagt, dass Neville hier immer das Wort, auch bei allen anderen Techniken, genutzt hat, nämlich allow it, zu deutsch erlaube es. Es geht nicht darum, dass ich mir die Szene halt krampfhaft vorstelle, sondern ich lasse es einfach geschehen, ich lasse mich in die Vorstellung geschehen. Wie mache ich das? Indem ich einfach in meine Meditation die Intention setze, dass ich jetzt diese Szene mir vorstellen möchte und dies eben wiederholend. Ich tue also nichts, ich lasse mich da hineingeschehen. Das ist der Kernunterschied, wie viele die Szene-Technik praktizieren und wie sie wirklich praktiziert wird. Und das gilt natürlich auch für die narauffolgende Methode, die ich dir gleich sagen werde. Es geht darum, dass du dich hineingeschehen lässt. Die nächste Methode ist die Schlafliedmethode. Bei der Schlafliedmethode wiederhole ich einen kurzen Satz, der impliziert, dass mein Wunsch bereits erfüllt ist. Auch dabei ist es wichtig, dass es nicht um die Worte geht. Es geht nicht um eine Affirmation oder ähnliches, sondern es geht darum, dass ich mir vorstelle, mein Wunsch hätte sich bereits erfüllt und mich frage, ob ich nicht in irgendeiner Weise, wenn mir das bewusst wird, etwas innerlich sagen würde, was das Ganze bestätigt. Zum Beispiel ist das nicht wunderbar. Das war ein Satz, den Neville sehr, sehr häufig für sich selbst genutzt hat. Aber es ist natürlich alles andere auch möglich. Es geht eher darum, dass es sich für dich natürlich anfühlt, weil du sagst, ja, das würde ich sagen, als dass du irgendetwas kopierst. Wenn du zum Beispiel einfach innerlich Jawohl sagen würdest, dann kannst du das genauso nutzen und wiederholst dieses Jawohl. Aber dieses wiederholte Jawohl ist nicht eben sozusagen einfach, dass du die Worte sprichst, sondern es ist ein Anker für den Zustand. Also du gibst dich halt in dem Bewusstseinszustand, dass dein Wunsch wahr ist und sagst dann dieses Wunsch. Natürlich kann man diese Methode wunderbar mit der Phishing-Methode kombinieren, indem ich mich frage, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Wunsch wahr ist und dann halt zum Beispiel, wenn das Gefühl da ist, einen Satz sage wie, jawohl, ich habe es geschafft. Aber es geht natürlich auch, dass ich mich nur auf das Gefühl fokussiere. Ich persönlich fand das immer noch viel leichter, weil es absolut den Verstand beruhigt hat und zum Schweigen gebracht hat, als wenn ich mir dann halt einen Satz gesagt habe. Aber auch hier bei dieser Methode gilt nicht darum, dass ich das tue, sondern dass ich mich dahin geschehen lasse, also auch wieder mit der Intention, was ich machen möchte und es dann aus mir selbst erlaube, entstehen zu lassen. Der größte Fehler liegt bei all diesen Methoden wirklich immer darin, dass ich glaube, dass ich das tun muss und viele eben sich auch dann in den Zustand eher einreden, sich den schönreden, sich da hineinreden, was halt der eigentlichen Lehre widerspricht und grundsätzlich auch der Funktion der Autosuggestion. Die letzte Methode, die ich vorschlage, ist meine eigene Methode, nämlich, dass ich all diese Methoden, die ich jetzt genannt habe, nur als Vorschläge verstehe, die ich annehmen, aber auch ablehnen kann und wenn ich eh einen größeren Sinn in einem dieser Methoden sehe, dann werde ich das auf natürliche Weise anwenden. Und ich sage dir aus meiner eigenen Erfahrung, dass es sich so natürlich anfühlen wird, dass du es häufig gar nicht bemerkst. Ich habe es auch immer nur dann bemerkt, wenn ich plötzlich mal meine Imagination beobachtet habe, dass ich gerade exakt eine dieser Techniken eben anwende, vielleicht in abgewandelter Form. Eine andere Technik ist eben die Tagträumerei. Lasse dir nicht sagen, dass Tagträumereien nicht funktionieren. Das funktionieren sie absolut und das auch schon dein ganzes Leben lang und dazu gibt es auch ganz viel wissenschaftliches Material. Tagträumereien sind sehr, sehr effektiv und wenn du eine Tagträumerei hast und sie deswegen stoppst, weil du sagst, nein, ich muss eine Technik anwenden, dann ist das auch nicht wirklich richtig. Tagträumereien sind sehr, sehr effektiv. Aber wenn du dich halt wirklich einfach so in die Methode geschehen lässt, ohne Anstrengung, ohne Müssen, dann ist sie auch natürlich und darum geht es ja schlussendlich, dass sie sich natürlich anfühlt, denn ich möchte ja, dass der Bewusstseinszustand, den ich erreichen will, genauso natürlich ist und kann nur natürlich werden, wenn die Methode schon natürlich ist. Wenn sie sich nicht natürlich anfühlt, dann wird auch das Endergebnis nicht wirklich fruchtbar sein und ich denke, dass einige das halt auch immer wieder mit anderen Methoden vielleicht erfahren haben. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Freue mich auf ein Gefällt mir. Hinterlasse gerne einen Kommentar, auch wenn du eine Frage zu diesem Video hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.